Ja, wir haben da den Küchenchef Wolfgang Kapun vom Gasthof Krall bei uns. Herr Kapun, wie soll eine Hausfrau eine Martini-Ganzl machen? Wie war es am besten? Ja, das ist ganz was Einfaches, aber eine Martini-Ganzl machen ist gar nicht so ein Problem. Und das werden wir jetzt nicht sagen. Ja, wie schaut es mit den Würzen aus? Was weiß ich nicht mehr? Würzen? Ich würde mir da so ein Gewürzmischung vorbereiten. Da haben wir wieder Salz, Pfeffer, ein bisschen wie ein Rosmarin, Raioten und ein Beinfuß, ja. Das ist eigentlich alles, was ich mit dem Ganzen. Mit dem reibe ich das Ganze ein? Ja, diese Gewürzmischung hätte ich mir vorher erwischt. Ja, führt sich das Ganze in eine Lausung. Das ist ja sehr zeitaufwendig. Stimmt das? Nein, aber es braucht relativ lang. Man kann beachten, das Ganze ist jetzt mit drei Kilo, offensichtlich etwa. Ja, da muss ich zwei Mal eine Stunde schon rechnen, dass ich das immer noch halten muss. Wie viele Portionen kriege ich denn da raus? Ähm, mir im Restaurant trinkt auch vier Portionen raus. Es trinkt jeder, drei, vier von dem Ganzen, ja. Mhm. Wenn ich es nachher gewürzt habe, ja. Ja. Ich schiebe das ins Rohr hinein, oder? Ja, ich schiebe das ins Rohr hinein, aus den ganzen Abfällen, was da drin ist. Das ist ein paar, das ist ein paar, das tue ich da in die Kilo rein. Ich habe ein bisschen Zwiebel dabei, eine Orangen und eine Abfällen, ja. Das habe ich mir da auch noch vorbereitet. Die zwei tue ich da in die Orangen, einfach mal hier, das hat man da rein. Und das hat man da rein. Was bringt das? Bringt das einen Geschmack aneinander? Das Geschmack bringt das und die Socken, dem Ganzen. Aha. Ja. Das hat man da rein, und das gleiche, habe ich da auch in eine Art. Da nehme ich das Ganze. Ich sieg da Zwiebel. Ich sieg da. Das habe ich da rein. Ich habe das Gefühl, das gibt auch wieder eine Geschmack da rein. Mhm. Ich nehme das Ganze. Das einmal mit der Rückenseite in die Passe reinnehmen. Ja. Da gibt es das bei den 2 oder 140 Grad, einmal 40 Minuten. 40 Minuten, nicht länger. Nein, nein, da hat nichts anderes. Ja. Ja. 40 Minuten, ja. Nach den 40 Minuten nehme ich das raus. Ja. Und tu das Fett weg, was jetzt aus den Ganzen rausgekommen ist, ja. Ja. Das tu ich abgeschütten und brate das Ganze rum, ja. 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 Und brate das nachher auf den Tagzeiten weiter. Weil die Wunschzeiten, die soll man sehen, das würde ja schön sein, das Ganze. Ja. Muss aber immer regelmäßig aufgießen, oder? Ja. Das tu ich nachher wieder zu. Einig, brate das weiter, und tu das immer wieder mit dem Saft, was da auf ist, übergießen. Mhm. Ja. Dann ist das Servierfertig. Ja. Dann ist das Servierfertig. Dann ein Rotkraut dazu. Ja. Und was trinkt man vom Wein dazu, wenn ich den Oberkleid mal da hab? Ja. Ein blauer Zweigwert. Ein blauer Zweigwert. Ja. Und das war eigentlich schon ein perfektes Ganze. Das war dann ein perfektes Ganze. Dann sage ich herzlichen Dank. Bitte.